Freitagnacht in Zelle. Die Polizisten Ulrich von Bestenbostel und Stefan Neidhardt sind auf dem Weg zu ihrem nächsten Einsatz. Straße, dort ist es gerade wohl zu einer, oder kommt es gerade zu einer russischen Gewalt. Der Verursacher, der Täter soll noch vor Ort sein. Laut Leitstelle läuft das Gespräch noch, da werden wir gleich noch nähere Informationen bekommen. Wenn man auch mal auf die Uhrzeit guckt, es ist 3 Uhr, könnte man eventuell ausgehen, dass die vielleicht auch alkoholisiert sind. Ja, also zum Sachverhalt, der Täter ist wohl im Moment auf dem Hausflur und der Autopraut ist vorher geschlagen, wird nicht in der Wohnung verbaritatiert, RCW rollt, ja, mehr, weiß die FNL leider auch nicht. Ja, man kommt dann zu einer Situation, die man vorher noch nicht einschätzen kann. Wir überprüfen jetzt gerade, ob das schon irgendwelche Erkenntnisse hat, der Ehemann, der geschlagen hat. Ob das jetzt ein Körperverletzer ist, ein Widerständler oder ähnliches, dass man da schon so ein bisschen vorbereitet rangeht. Und ansonsten müssen wir mal gucken, wie sich die Lage dann da vor Ort gibt. Mit einer weiteren Streife treffen die Polizisten am Haus der Familie ein. Sie bauen Kontakt mit der Frau auf, um sicher zu gehen, dass sie nicht in Not ist. Frau ***, die Polizei, sie hat uns angerufen. Sie hat die Polizei gerufen. Ja, die Polizei, hallo. Hallo. Frau ***, machen Sie mal die Tür auf, die Polizei ist da. Morgen. Noch keiner auf. Nee, Frau ***, das war völlig verschlafen. Ich hätte sie gar nicht verheiratet. Das ist schon ein bisschen seltsam. Also es wurde ja gemeldet, häusliche Gewalt. Sie hätte sich in der Wohnung verbarrikadiert und er würde irgendwie vor der Wohnung sich im Haus aufhalten. Aber sie klingt jetzt gerade, sagten die Kollegen, die zuerst mit ihr gesprochen haben, über die Gegensprecheinlage verschlafen und wir haben ihr jetzt mehrfach gesagt, wer wir sind und was wir wollen. Und sie macht halt nicht die Tür auf. Und jetzt soll unsere Leitstelle nochmal Rücksprache mit der Rettungsleitstelle halten, über die ihr wohl die ursprüngliche Meldung kam. Und dann müssen wir mal gucken, was hier ist. Guten Tag. Sie hätten angerufen bei uns. Oh Gott, es sind noch so viele. Es ist alles gut. Es ist einfach ein bisschen eskaliert. Wollen wir mal reingehen? Nein, es ist alles gut. Ja, wir haben jetzt Kontakt. Alles gut und woher kommt das Blut da? Was ist denn Blut? Das ist doch Blut, oder nicht? Ja, aber das ist nicht mein Padova, das ist nicht mein Blut. Nein, den Padova habe ich von dem Kumpel angekriegt, das ist vorher da. Das ist für, nein. Das ist von mir, das ist vielleicht von der Obing, aber ich habe ein bisschen überregelt. Es tut mir wirklich leid, aber wir haben da noch geschleppt damit. Es ist alles gut. Sind Sie ganz sicher? Ganz sicher. Ich habe ein bisschen überregelt. Ich bin froh, dass Sie sich in den Namen... Es tut mir so viel leid. Ich dachte, Sie sind ein bisschen überregelt, aber es ist alles gut. Ihr Freund ist jetzt noch da, oder? Nein, der ist weg. Wie ist denn Ihr Vorname? Mein Name? Ja. Ja. Wir untersuchen. Nein. Im Rettungsdienst auch hier. Keine Verletzung. Ja, wenn Sie anrufen, Sie sind gespoken worden. Ich bin auch angetrunken, das ist mir wirklich leid. Wann sind Sie denn geboren, Frau ***? Ich geboren bin. Ja. *** *** 2002. Okay. Und Sie sind hier gemeldet? Noch nicht. Ich habe ansonsten sogar mal einen Termin zu rummelden. Mh-mh, gut. Und wie heißt Ihr Freund? Wie neun wie Sie? Warum? Weil ich das gerne in meinen Bericht schreiben möchte. *** *** Mh-mh, mit Nachnamen? Was können Sie denn sagen, wo die Boiler in Ihrem Kopf herkommt? Soll ich Ihnen das jetzt wirklich sagen? Ja. Nur, dass ich mich schämen muss? Selbstverständlich. Wie sind Ihnen zu helfen? Ich weiß. Und ich habe Sie auch angerufen, weil ich wirklich dachte, dass Sie das etwas kaltieren. Aber ich bin auch unruhig. Ich bin selber vor der Tür an. Die waren auf einer Aufenthalte auf den Bergen. Und ich wirke jetzt bestimmt total unschuldig. Aber da habe ich auch schon Streit angefangen. Und da habe ich mich mit einem Bekannten, ich will ja jetzt seinen Namen nicht nennen, weil das ist wirklich, äh, das war, das war, das war dumm. Ich habe mich mit einem Bekannten einfach geschubst und gekloppt. Es war ein bisschen, ähm, es war ein bisschen spaßig gemeint. Mein Freund hat das, äh, hat das ein bisschen blöd aufgefasst. Und, ähm, im Endeffekt bin ich einfach hingefallen und bin gegen den, äh, Knauf von dem, ähm, von dem Zaun. Die haben einen großen Berner Sonnenhund, deswegen haben die einen großen Zaun und dann bin ich gegengefallen. So. Deswegen habe ich hier diese Beule. Mit dem Ohrring habe ich mir selber ausgerissen. Ich bin auch einfach betrunken. Gut. Und was Sie jetzt wissen möchten, dass die Damen und Herren hier vom Rettungsspiel? Ich habe einmal, ich, 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 ich weiß, ja, können Sie auch gerne. Ich habe mich einfach mit meinem Freund gestritten und ich habe das einfach ein bisschen überinterpretiert. Sie müssen dazu wissen, dass ich halt auch einfach sehr temperamentvoll bin. Ich wollte Sie eigentlich einfach nicht, wusste auch nicht, dass Sie in so einer Kripplung gekommen sind. Wo ist denn Ihr Freund jetzt? Äh, das weiß ich nicht genau. Die würden ganz gerne einmal im Haus gucken und in Ihrer Wohnung, ob er da ist. Nee. Was hat denn, Sie machen einen ziemlich aufgelösten Eindruck? Und die Beute, die Sie am Kopf haben, die ist, mit Verlaub gesagt, nicht ohne. Ja, aber wenn Sie sich mal ganz krankenbericht angucken. Also ich habe auch einfach einen, äh, einen ganz, 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 ganz komischen, äh, Duschschat. Und ich kriege das immer schon im Dorf liegen. Was uns allen so ein bisschen spanisch vorkommt, ist die Tatsache, dass Sie bei der Rettungsleitstelle anrufen. Und auch einen Anruf. Hilfe, jetzt sind wir hier und deswegen würden wir jetzt gerne einmal abklären, dass da auch wirklich alles in Ordnung ist. Ich weiß, dass es noch alles in Ordnung ist. Davon müssen sich von Bestenbostel und Neidhardt selbst überzeugen. Aber, aber ganz gut, ich möchte nicht, dass wir mit, äh, sechs. Nein, wir beide gehen hoch. Zwei. Wir kommen drei. Und alles ist gut. Oft versuchen Frauen, ihren Partner mit Lügen vor der Polizei zu schützen. Stefan Neidhardt und Ulrich von Bestenbostel machen sich selbst ein Bild von der Lage. Anders als behauptet, ist der Freund der Frau zu Hause. Alles gut. Er sagt, er hat sie nicht geschlagen. Sie sagt auch, er hat sie nicht geschlagen. Die Verletzung hat sie sich auf den Polterarm geholt, wo sie sich mit der Freundin gestritten hat. Und da ist sie hingefallen. Und machen auch beide nicht den Eindruck, dass da wirklich, die haben sich zwar werbeigestritten, sagt sie, aber er hat sie nicht geschlagen. Von daher haben sie sich wieder lieb. Für uns erledigt. Ein schönes Eier an der Birne. Alter Schwede, ey. Die Frau möchte keine Anzeige erstatten. Zumindest aktuell ist die Lage zwischen dem Paar wieder entspannt. Und die Frau nicht in Gefahr. Während der Rettungsdienst sie noch untersucht, melden sich die Polizisten frei für den nächsten Einsatz. Portfolios 확인 commitments. Untertitelung des ZDF für funk, 2017